Herzlich Willkommen bei race2go.de. Wir haben heute die Freude Ihnen einen sportlichen Suzuki Swift vorzustellen aus zweiter Hand mit 36.000 km. Der Wagen verfügt über Xenonscheinwerfer, über Nebelscheinwerfer, über eine sportliche Abgasanlage. Die originale Abgasanlage ist allerdings vorhanden und kann ungerüstet werden. Im Innenraum finden sich Sportsitze, ein Sportlenkrad, so viele Funktionen, die Sie unserem Exposé entnehmen können. Besonderes Ausstattungshighlight ist die Freisprecheinrichtung mit gleichzeitiger Bluetooth-Verbindung, sodass Sie Ihren Lieder auch im Auto vom Handy aus abspielen können. Nebenzu vorhanden der Tempomat sowie die Multifunktion am Lenkrad. Sportsitze befinden sich alle in einem sehr, sehr guten Zustand. Wagen werden neue Inspektionen aus einem Suzuki Autohaus an Sie übergeben, genauso wie mit einem Jahr unserer leistungsstarken Eigengarantie. Das Fahrzeug ist tier- und rauchfrei, aus zweiter Hand achtfach bereift. Die Scheibentönung ist selbstverständlich mit ABE und wie erwähnt, ist die Auspuffanlage sehr dezent, ist ab Katalysator eingebaut und aus Edelstahl, daher sehr langlebig und kann aber auch gerne gegen die Original getauscht werden. Kommen wir nun zu dem Angruß am Fahrzeug, den Sie der Fahrzeugbeschreibung in den Bildern hier entnehmen können. Neben kleineren Kratzern ist der größte Schaden ein Reifen mit Flankenschaden, die Sie mit Vorauslieferungen an Sie ersetzt, genauso wie der gegenüberliegende, sodass dort die Fahrsicherheit gewährleistet sein kann. Wir denken Ihnen hat das Video gefallen, Sie haben nun alle Details zum Fahrzeug. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und freuen uns auf eine gemeinsame Probefahrt mit Ihnen und nutzen Sie gerne alle unsere digitalen Wege uns zu erreichen, um Fragen zu diesem Fahrzeug zu stellen. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Vielen Dank.